Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit einer kompletten Displaybox der Trading Cards zum neunten Star Wars Film, der Aufstieg Skywalkers von Topps. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mal die Trading Cards zum aktuellen Star Wars Film, der inzwischen auch in der Heimkino Variante auf DVD und Blu-ray erschienen ist, anschauen wollen. Den Auftakt der Trading Cards rund um diesen Film haben ja die Reise zu Star Wars, der Aufstieg Skywalkers Trading Cards gemacht, bei denen ging es hauptsächlich um einen Rückblick auf die bisherigen Filme und diese zweite Kollektion, die wir hier im Bild sehen, beinhaltet jetzt dann auch die Figuren und Szenen aus dem aktuellen Kinofilm. Wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat und sich die Überraschung nicht verderben will, der sollte sich das Video und die Cards vielleicht erst später anschauen, denn durch das, was auf den Cards zu sehen ist, wird man mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle gespoilert. Aber wem das nichts ausmacht oder wer den Film schon gesehen hat, der darf sich jetzt auf diese Box mit den Trading Cards zum Film freuen. Und wir sehen hier auf dem Deckel der Box auch dieses wunderschöne Filmplakat. Kurzen Blick auf die Seiten der Box, damit ihr die einmal gesehen habt. Hier hinten die wichtigen Informationen. 30 Päckchen sind in so einer Displaybox. 6 Karten sind in jedem Päckchen enthalten. Preis für jeden Booster 1 Euro, relativ klein hier aufgedruckt, da die Preise für alle anderen Länder auch noch drauf mussten. So, das sind die restlichen Seiten. Kurz Blick auf die Unterseite. Jetzt holen wir mal unsere Booster raus. Wir finden hier drin auch noch gleich ein Entdecktblatt, das normalerweise immer für den Handel gedacht ist. Da wollen wir aber natürlich auch mal schnell einen Blick drauf werfen, denn es enthält den Hinweis auf die 6 limitierten Karten, die es in dieser Kollektion gibt. 2 Gold Limited Editions, 2 Silber und 2 Bronze Limited Editions. Und hier unten steht es auch zu finden in den großen Sammeldosen und in den Multipacks. Dann kurz der Blick auf die verschiedenen Booster Designs. 3 Stück haben wir da. Mit Wei, Kylo Ren und einem Assist Trooper. Super. Und bevor wir loslegen, auch noch der übliche Blick auf die Rückseite, damit wir wissen, was wir in den Boostern finden. 6 Karten, wie gesagt, pro Booster. Von den Parallel Karten finden wir eine blaue in jedem Booster, im zweiten Booster eine grüne. Die lilanen in jedem vierten, die roten in jedem zwölften. Eine goldene Parallel in jedem 995. Booster. Und ganz selten sind die schwarzen Parallels, die gibt es nur in jedem 24.860. Booster. Dann unsere Spezialkarten. In jedem zwölften Päckchen eine Stickerkarte. Und dann haben wir noch die Crush the Resistance und die Longleaf the Resistance Karten, die wir jeweils in jedem sechsten Päckchen finden. So, wir legen los mit unserem ersten Booster. Und den Blick auf die Karten dieses zweiten Teils der Kollektion. Wow! Und es geht direkt los mit einer Red Parallel Karte von Alligent General Pride. Das ist doch mal ein richtig starker Auftakt. Dann haben wir hier die Base Karte von Zoe Bliss und die Karten richtig schick geworden, wie ich finde. Wer die früheren Karten von Topps gesammelt hat, wird sich ein bisschen umgewöhnen müssen, denn es gibt keine Karten mehr zum Spielen. Also es ist kein Trading Card Game mehr, sondern nur noch reine Trading Cards ohne Werte. Aber die sind dafür, wie gesagt, richtig edel geworden. Hier haben wir The Dark Fleet Assembled. Dann Lando Calrissian. Und das dürfte einer der 15 Kylo Ren Cards sein. Werfen wir mal einen Blick auf die Rückseite. Ja, das ist die Nummer 10 von 15 in jeder der drei Kollektionen. Da haben ja 5 dieser Kylo Ren Cards enthalten. Und eine haben wir jetzt schon mal gefunden. Und dann haben wir noch die Blue Parallel, die ja in jedem Päckchen enthalten ist. Face Off und Parsana. Das war schon unser erstes Päckchen. Kommen wir zum zweiten. Auch an dieses System mit den Parallels müssen sich viele Sammler hier in Deutschland erst gewöhnen. Das abgeleitet von den Kollektionen aus den USA. So, hier haben wir die Basiskarte von Kylo Ren mit diesem wunderbaren leuchtenden Lichtschwert. Dann Improvised Hangar on Agent Closs. Also ihr seht, die Texte auf den Karten grundsätzlich in Englisch gehalten. Das ist eine Kollektion, die weltweit erscheint. Hier haben wir eine Maze Force Be With You Karte. Die Blue Parallel eines Assist Jet Troopers. Und das ist unser erste Green Parallel mit Jenna. Und das war es für dieses Päckchen, sodass wir jetzt schon drei verschiedene Parallels im Bild haben. Und optisch sind die Parallels auf jeden Fall ein Hingucker, da sie einen schönen Kontrast zu den schwarz-weißen Base Karten bilden. So und hier haben wir auch eine Checklist mit im Päckchen. Schauen wir uns aber zuerst mal die Base Cards an. Vielen haben wir da. Dann ein First Order Stormtrooper. Da ist unsere erste Sticker Karte mit R2-D2. Und dann nochmal eine richtig schicke Holo Karte. Only the Finest Assist Trooper. Also die auch richtig edel, wunderbare Effekt. Und da ist unser erste Purple bzw. Lidane Parallel mit einem B-Wing Fighter. Und darunter die gewohnte Parallel in Blau, die wir in jedem Päckchen finden mit einem Y-Wing Fighter. Dann vielleicht mal ein kurzer Blick auf die Checklist. Denn eine Sammelmappe oder ein Starterpack gibt es zu dieser Kollektion ja nicht. Deswegen fangen wir auch direkt mit der Displaybox an. Da alle Karten mit in die Sammelmappe der ersten Serie sortiert werden sollen. Wie das funktionieren soll, frage ich mich bis heute. Das habe ich ja auch schon im Mappen-Update zur vorherigen Serie kritisiert. So, hier der Blick auf die Checklist. So, da sehen wir zunächst die ganzen Base Karten. Dann gibt es die Illustrated Character Inserts. Die Ships & Vehicles. Die May the Force Be Visio haben wir ja schon gesehen. Die Kylo Ren Karts. Davon hatten wir auch schon eine. Character Die-Cut Stickers haben wir eben unseren ersten gehabt. Und dann gibt es natürlich noch die erwähnten Crush the Resistance Karts. Long live the Rebellion. Heißen sie interessanterweise hier auf dem Boosterweil von Long live the Resistance die Rede. Movie Karts haben wir noch zwei. Und die hier erwähnten Patch Karts, die sind den Sammeldosen vorbehalten. Die werden wir hier in dieser Displaybox wahrscheinlich nicht finden. Und dann in der Mitte die sechs Limited Edition Karts, die wir schon auf dem Poster gesehen haben. Das ist also die Checklist. Und wir machen weiter mit dem Assist Trooper Boost, der hier auf uns wartet. Und dem Festival of the Ancestors. Dann haben wir Jenna als normale Base Card. The Desert Landscape. Da ist unsere erste Illustrated Character Karte mit C3PO. Und der B-Wing Fighter, den wir eben schon in Lila hatten, jetzt nochmal in Blau. Und eine richtig schicke Karte von Dark Grey in der Green Version. Nummeriert sind all diese Parallels nicht, falls sich das schon jemand gefragt haben sollte. Die nummerierten Parallels gibt es auch. Aber die sind ausschließlich den amerikanischen Hobby Boxen vorbehalten. Genauso wie ein Großteil der Patch und Autogramm Karten. Aber dafür sind die Hobby Boxen in den USA auch deutlich teurer als diese dann doch recht günstigen Karts, die es hier in Europa zu kaufen gibt. Da ist unser zweiter Red Parallel mit C3PO. Dann haben wir Evaporators in the Desert. R2 SHP. Rose Tico als Base Karte. Und da auch nochmal eine richtig schicke Karte von Kylo Ren. Das ist die Nummer 8 von 15 und damit unsere zweite Kylo Ren Karte. Und noch die Blue Parallel von Zoe Bliss. So, nächstes Muster. Wieder eine Checklist oben drauf. Und darunter finden wir als erste Karte Nine Lump. Gefolgt vom Thread Speeder. Die Illustrated Character Card von Finn. Dann wieder eine wunderschön funkelnde Karte. May the Force be with you. Die Blue Parallel von Spice Wanestan. Und hinten drauf nochmal eine grüne Parallel mit Tommel Sozech. Und damit sind wir durch, durch diesen Booster. So, nächster Booster. Ups. Die werden uns fast verloren gegangen. Die Resistance Fleet macht den Anfang in diesem Booster. Amansi Tidian. Steadfast Main Bridge. Den Assist TIE Fighter. Da ist unsere erste Fahrzeug Karte. Dann unsere zweite Purple Parallel mit dem Assist Jet Trooper. So, mal ein bisschen aufrücken hier. Ups. Bisschen wackelige Hände heute. Und Kylo Ren als Blue Parallel nochmal zum Abschluss dieses Päckchens. So, haben wir uns ein bisschen durcheinander geschossen das Ganze hier. Aber ich denke das geht so einigermaßen. Und dann kommen wir mal zum nächsten Booster. Und dem First Order TIE Fighter. Der sieht auf dieser schwarz-weißen Karte auch besonders edel aus. Dann haben wir Into Hyper Space. Die Basiskarte von Ray. Dann eine Illustrated Character Karte eines Assist Troopers. Die Blue Parallel von Orbach. Und hinten drauf wieder eine Green Parallel des Transport Skimmers. So, nächster Booster. Wieder mit Checklist. Und Commander Daisy. Dann haben wir die Streets of Gijimi City. Usher. Da ist unsere zweite May the Force Vivisio Karte. Dann wieder so eine wunderbare Holo Karte. Jedi Warrior. Die Blue Parallel des First Order Kommando. Und schon sind wir beim nächsten Booster. Mit Fedder David Spoon. Dann haben wir Lieutenant Tice Takes a Moment. Dark Ray diesmal als Base Karte. Night of Ren als Illustrated Character. Fortitude als Blue Parallel. Und noch eine Green Parallel hinten drauf. Mit Ray's Quick Catch. Die Hardcore Star Wars Fans mögen es mir nachsehen, wenn ich den ein oder anderen Namen nicht hundertprozentig korrekt ausspreche. Dafür gibt es in diesem Star Wars Universum einfach zu viele, wenn man sich nicht regelmäßig damit beschäftigt. Danach geht es weiter mit The Resistance United. First Order Conference Room. Dann haben wir Trojan. Dann wieder eine der Kylo Ren Cards. Diesmal die Nummer 7. C3PO als Purple Parallel. Und die Blue Parallel eines Assist Troopers. So, dann haben wir den Assist Jet Trooper. Zu Beginn des nächsten Päckchens. Through the Clouds. Dann Tomei Toczek als Base Karte. BB-8 als Illustrated Character. Die Blue Parallel von The Resistance United. Und die Green Parallel von C3PO's Mysterious Change. Im nächsten Booster finden wir R6LES. Dann die eben gesehene Karte von C3PO. Diesmal in der Basisversion. Racing to Concentration. Dann wieder eine Fahrzeugkarte. Pro Demons X-Wing Fighter. Und Followers of the Dark Side. Crush the Resistance in dieser Holostar Version. Und dann haben wir noch ein UA TT Walker. Als Blue Parallel Karte. So, dann geht's weiter mit Poe Dameron. Kylo Ren Stands Strong. Snap Waxley. First Order Stormtrooper Illustrated Character. Amanshi Tidian als Blue Parallel. Und der First Order Stormtrooper Officer. Diesmal in der Green Parallel Version. So, letztes Päckchen vom ersten Stapel. Mit einem First Order Kommando. Dann haben wir R2D2. Da ist unser zweiter Sticker mit einem First Order Stormtrooper. Gefolgt von dieser Holo Star Karte mit Ray. Und der Purple Parallel des Elegynt General Prides. Mit der wir auch den Stapel in Rot angefangen haben. Und Snap Waxley nochmal in Blau. So, dann machen wir uns mal an den zweiten Stapel. Schauen, was wir da noch Schönes finden. Resistance Sanctuary macht da den Anfang. Dann haben wir Dio. Remnants of the Death Star. Kylo Ren's TIE Fighter. Kylo Ren on the Move als Purple Parallel. Und die Blue Parallel von C3PO's Mysterious Change. Den haben wir jetzt fast in allen Varianten. weiter geht's mit Ableck. Dann haben wir The Star Destroyers. A Bridge. Chewbacca als Illustrated Character. Dann The 105th Battalion. Only the Finest. Als Holo Stern Karte. Ephraim LX als Blue Parallel. Und Poe Dameron in der Green Parallel Version. Dann haben wir den Millennium Falcon Hallway. Kado. Kaspers Pillar. Den Assist Trooper als Illustrated Character. Lieutenant Tice als Blue Parallel. Und die Green Parallel von Lando Calrissians Warm Green. Dann geht's weiter mit Lieutenant Vanek. Heroes Assembled. Transport Skimmer in der Basis Version. Da ist die nächste Maze Force Be With You Karte. Dann haben wir hier die True Jedi Karte. Richtig schick. Also diese Holo Stern Karten gefallen mir besonders gut. Und Raze Quick Catch in der Blue Parallel Version. Aber ich finde selbst die Basis Karten machen hier richtig was her. Also das ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum ersten Teil dieser Kollektion. So, dann geht's weiter mit Commander Dacys Speech. Raze Quick Catch in der Basis Version. Star Destroyers in the Storm. Die Illustrated Character Karte von Kylo Ren. Dann wieder eine Blue Parallel mit Fat of David Spoon. Und Improvised Hangar on Agent Klaus in der Green Parallel Version. Im nächsten Booster finden wir Glances of Doubt. Resistance Base on Agent Klaus. Dann haben wir den UATT Walker als Base Karte. Den Millennium Falcon als Fahrzeug Karte. Darunter finden wir die Purple Parallel von Commander Dacys. Und die Blue Parallel des Transport Skimmers. Dann haben wir General Hux als Base Karte. Den Sistrooper. Lieutenant Tice. Zoi Bliss als Illustrated Character. R2 SHP als Blue Parallel. Und die Green Parallel der First Order Crew Pit. Bildet den Abschluss dieses Boosters. Dann geht's weiter mit The Dark Side of Ray. BB-8 als Base Karte. Den Y-Wing Fighter. Dann wieder eine May the Force Be With You Karte. Bei denen weiß ich irgendwie nicht, was ich von denen halten soll. Dann wieder eine dieser schicken Holostar Karten. The First Order Follower of the Dark Side. Damit sortiert sich in der Blue Parallel Version. Und schon sind wir beim nächsten Booster. Der mit dem Forest of Agent Cloth beginnt. Dann haben wir Abument Kin. Fortitude C3PO als Illustrated Character. Kylo Ren stands strong in der Blue Parallel Version. Und die Streets of Kijimi City in der grünen Version. Die Basiskarte von C3PO macht den Anfang des nächsten Päckchens. Dann haben wir den Millennium Falcon. Beziehungsweise das Cockpit davon. von Kylo Ren als Sticker Karte. Gefolgt von dieser wunderbaren Holo Karte von BB-8. und die Purple Parallel von Remnants of the Death Star. Und die Blue Parallel von Vaikul. Dann haben wir Officer Candia im nächsten Booster. den B-Wing Fighter. Lando Calvician Swarm Green. Dann die Kylo Ren Card, wie wir vorhin schon hatten. The Night of Ren in der blauen Version. Und Caspers Pillar in der grünen. So, dann haben wir Kylo Ren on the move. Und das ist eine Red Parallel. Gar nicht so einfach zu erkennen in dem Fall. Dark Ray als Base Card. Conferencing mit Kylo Ren. Der Night Buzzer. Die Illustrate Character Card von Finn. Und die Blue Parallel Card des First Order Conference Rooms. Zum Abschluss dieses Boosters. So, wir gehen auf die Zielgerade. Die letzten drei Booster. Beginnen mit dem First Order Stormtrooper. Dann haben wir den First Order Hallway. Den Assist TIE Fighter als Fahrzeugkarte. Die Holo Star Karte von Kylo Ren. Dann eine Blue Parallel eines Star Destroyers in the Storm. Und die Green Parallel von Cardo. Im vorletzten Buzzer finden wir Kettle Coconics. Dann Snap Waxley's X-Wing. The Knights of Ren. Den Assist Trooper als Illustrated Character. Die Purple Parallel der Star Destroyer Bridge. Und die Blue Parallel von Cardo. So, letzter Booster für dieses Star Wars. Der Aufstieg. Skywalkers Unboxing. Mit Light Sabers Strengths. Dann haben wir F-Tab-Akbar. Treadable. Da nochmal die Kylo Ren Karte, mit der wir angefangen hatten. Und F-Tab-Akbar nochmal in der Blue Parallel. Und die Green Parallel von Vyquil bildet den Abschluss unseres Unboxings. So, da war doch reichlich was für jeden dabei. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Cards euch von dieser Kollektion am besten gefallen. Sind es die Base Cards, vielleicht bevorzugt in einer bestimmten Farbvariante. Oder dann doch vielleicht eher welche von den Insert Cards, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Beziehungsweise ganz links haben wir ja noch die Fahrzeugkarten liegen. Da bin ich auf jeden Fall mal auf eure Meinung gespannt. Gesamteindruck aber auf jeden Fall richtig positiv. Von daher freue ich mich schon richtig auf die weiteren Unboxings zu dieser Kollektion, was euch hoffentlich auch so geht. Für dieses würde es mich zunächst freuen, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben klickt, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Und wenn ihr die weiteren Videos zu dieser Kollektion nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst euch dadurch benachrichtigen, sobald ein neues Video online geht. Wir sehen uns dann spätestens zum nächsten Star Wars Produkt wieder. Bis dahin, sei die Macht mit euch. Macht's gut. Tschüss.